Absage Talsperrenfest. Nach gründlicher Abwägung der derzeitigen Corona-Situation und dem Bautenstand am Hafen Griebstein wurde in Abstimmung mit dem Verbandsvorsitzenden Oberbürgermeister Schreiber entschieden, das Talsperrenfest 2021 abzusagen. Als Grund führte der Zweckverband Griebstein-Talsperre an, dass die topografische Lage sowie die fehlende Einfriedung des Hafens und des Besucherzentrums eine Begrenzung der Besucherzahlen nicht zulassen. In der Vergangenheit besuchten an den Samstagen ca. 4000 bis 5000 Gäste das Talsperrenfest. Bei der Gästezahl sei es nahezu unmöglich, geltende Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Ein weiterer Grund ist der Bauverzug im Hafen. Es ist bei den derzeitigen Lieferengpässen abzusehen, dass sich die Baumaßnahmen bis in den August hinziehen. Das bedeutet, dass zum Talsperrenfest einige Bereiche durch Bauzäune abgesperrt und vermutlich auch die kleine Bühne nicht genutzt werden kann, heißt es abschließend.